Eine Person kämpft in einem Sohlenen, wo er in Begriffnis ist, und da ist der Leiche, wo er dem Leichenschau handelt, und dann fragt er das Erste, kann mir die Kontrasen geben, den Kódigo hier vom Wifi? Und dann sagt der Andere, ob er sich noch mal wird, denkst du dir, wir sind hier doch auf Begriffnis? Und dann sagt der Andere, Begriffnis größer oder klinischer Schreiber, weil er einmal noch glaubt, da wird der Brug nicht gefützt im Wifi, um irgendwo seine Messages aufzuladen, die Brug gefützt hat und nicht durch den Kummerbrug. Für den wird es ganz wichtig, was hier passiert, mit der Andere hier, was hier mit den Deutschen passiert, als mir das ganz warst. Einmal bist du wie so, hey, ich habe immer alle so eine Eizidee, ob ich nicht tröste oder nicht, dass Svenja wird, ob ich halbhaft nicht über diese so eine Eizidee warst. Und wirklich, das interessiert mich, das kann ich hier sein. Mir interessiert das bloß so, dass ich hier Wifi, dass ich hier ein Signal habe, für mein Telefon, wenn es dort ist, welche oder andere. Wenn das bloß mit dem Begriffnis passiert, würde ich noch kommen. Aber leider hat manche dort, eine Familie ist dort. Einer mit dem Orden redet es nicht mit. Solange ich den Runden gesagt habe, rede ich nicht mit dir. Wenn du was mit mir redest, dann machst du Quadratusend. Also das ist der Telefon. Am Telefon, ja, aber direkt nicht. Für eine Familie ist es leichter, wenn man Sache kriegt, dass man mit ihm persönlich redet. Manchmal habe ich auch eine Familie in zwei Jahren mal den Rutsche geöffnet. Ich würde sagen, wenn die diese weg sind, wo du eine Stunde Top-Terre trinkst, in den Asadermärkten, und für eine Stunde, in jeder Ohne Telefon, wo sie einfach blüßt, dann spazieren. Das war in der Deutschland. Das geht gar nicht. Das ist allmählich. Der Telefonbrücken ist nicht schlecht, Wifi ist nicht schlecht. Der Telefon hat, und meine Sache ist so schön, kann uns viel mit der Welt eine Kommunikation haben. Aber so viel gefehlt, wie die Person, was bei uns ist, dass ich bin. Also, die Telefon ist wichtig, die Telefon ist wichtig, all die anderen Sachen und Güte sind wichtig, aber diese Menschen, die mir auch angeben, weil ich möchte, dass er mich zu lassen, das ist nicht so wichtig. Ich würde sagen, das ist doch nicht so. Aber eine Praxis hat, manche dazu, das ist nicht so wichtig. So, wenn man früh ist, kommt und sagt, wir können töten im Bahn, bloß jeder hat sein Handy wieder durch, und jeder lebt mit sein Handy, und muss mit allem noch Mensahe schreiben, und man muss die, wo ich nicht rede. Wenn die Leute noch reden, das wird ja alle. Die Bibel sagt uns, in Sprüche Kapitel 2, Kapitel 2, Versch 21, Entschuldigung, 3 Versch 21, Sprüche Kapitel 3 Versch 21, Mignon, Lotte in die EU nicht die Zeitweichen, sondern versägt du deine Weisheit wieder zu entwickeln, und bevor du deine Ansicht, und bevor du die Verdebosheiten, deine Ansicht wieder sein. Menschen mit Ansicht, Menschen werden fährlich, wenn es dort wird, deine Seele beworben, dann wird das im nächsten Versch. Die Seele beworben, dass du Ansicht hast. Aber die Begriffnis wird nicht Nummer eins sein, das ist hier eins, wo ich noch da kann, für mein Handy, den WiFi nochmal haben. So ist es in der Familie, das ist wichtig, die noch mit der Hand, aber es ist wichtig, wenn alle mit dem anderen reden. Situationen, wo ich das Zellular brauche, mein Handy brauche, Situationen, wo ich das nicht brauche. Wir brauchen Menschen, wo wir wiederhören, bei der Zähne Tivalei. Ich ziehe nicht das Zentrum der Welt, weil ich mit dem Sonnen wieder gehend ist, und hier brauche ich dort nicht, hier kann ich wachten. Das ist dann deine Familie. Da habe ich Momente, wo ich nach Kommunikation kann sein, da sage ich, nein, lernen oder nicht. Bloß, wenn wir uns eins schreiben, wo wir sonst Hübsarten reden, das geht nicht mehr. Familie fast funktioniert nicht, um das funktioniert nicht. Wo ich hier nebenbei, beim Eter nach Südolastell, dort nicht mit mir reden, oder wenn es ein Zähne noch sehr wichtig ist, beschaffe dich. Oder sage ich, okay, das kann warten, weil wir uns mal Hübsarten und verteilen. Ich möchte Gott nicht wieder sehen, dass die Handys wichtig sind, oder dass deine Familie wichtig ist für dich. ..?